ja und hier als ich gerade mal geschaut wo der letzte speicherpunkt ist und der letzte speicherpunkt ist genau hier in dem thonsaal wo wir uns auch am ende letzten folge gefunden haben und deswegen habe ich mir gedacht habe ich doch direkt auch noch mal die das andere ende raus das heißt ja wir gucken uns den anderen ist am rennen auch noch an und jetzt bin ich ruhig aber du hast recht ich brauche diese kreaturen nicht mehr sie können wieder die menschen werden die sie vorher waren du kannst sie zurück verwandeln ich nicht der spiegel kann das sobald er wieder vollständig ist also bring den splitter her aber du bist ja ich nicht ganz wie du siehst fehlt mir eine ecke und außerdem friere ich während du die wolle gepackt bist bist du die falsche königin ich bin nicht falsch nur spiegel verkehrt und etwas lediert aber bald wieder vollständig aber aber wieso was hat das zu bedeuten viele fragen auf die du die antwort längst weist aber nicht wahrhaben willst aber das ist mir egal du hast etwas was mir fehlt also gib es mir sag mir warum ich ihn dir geben sollte warum fragst du warum ich erfriere ich spüre meine finger schon nicht mehr dafür tut mir der kopf weh das kannst du dir gar nicht vorstellen du kannst mein mantel haben pf der wird nicht helfen sag mal du begreifst es wirklich nicht oder was meinst du na schön ich war lang genug die böse zeit für die wahrheit augen auf wach auf nur nur bitte wach auf er ist tot da draußen gibt es nichts mehr für dich aber wenn du mir den splitter gibst wenn wir ihn einsetzen dann wird silence geheilt der krieg dort wird nie aufhören aber in silence schon und die sucher werden wieder zu den menschen die sie vorher waren glaubst du janus und sam werden wieder da sein das glaub ich nicht nur das weiß ich und set weg auch sobald der splitter eingesetzt wurde auch wenn es da draußen kein noah mehr für dich kleben wird der setback hier in silence wird für immer an deiner seite sein alles wird wieder gut sobald der splitter In der Regen im Ozean. Dank dir wird dein Bruder noch Frieden finden. Du bist nicht längeres Mietzünder im Bunker. Aber wer bin ich dann? Du bist die Königin von Silence. Zedwig! Was ist passiert? Hast du etwa den Splitter eingesetzt? Ich hab dir doch gesagt, ich lass dich nicht allein hier. Ach, mein Hüpfer. Oh, mein Hüpfer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020